Moment, das stelle ich einmal her. Zack. Zack. Ah, verhauen. Zweimal sogar verhauen. Aua. Zack. Zack. Und es ist billiger. Okay, das war es meinerseits. Boah, das ist knapp. Boah, ich wurde jetzt fast von der Wache erwischt. Weil ich nicht aufgepasst habe. Oh, das war so knapp. Das war viel zu knapp. Die Säge weg von Titram. Ein schnörkelter Schlüssel. Hier, nehmen. Hier ist ein Gesetzloser. Oh, sogar ein schlimmer. Die mir furchtbar leid sollten, aber hier gibt es für euch nichts von Interesse. Das ist nur ein einfaches Sägewerk und ich bin seiner bescheidenen Besitzerin. Glaube ich jetzt nicht ganz so leicht. Lesen, ja. Zwei Flüchtlinge. Diese Frau hat uns ehrliche Arbeit versprochen. Was haben wir bekommen? Wir werden schlimmer behandelt als Sklaven. Und die Wache will nichts gesehen haben. Warum sollte auch jemand den eduranischen Flüchtlingen helfen? Tut mir nicht weh, wenn sie mich noch einmal auspeitschen. Jetzt ist die komischerweise weg. Ich habe das Gefühl, wir werden sie nicht das letzte Mal gesehen haben. Leider werden wir sie nicht das letzte Mal gesehen haben. Geschmiede. Ich hätte gerne noch ein bisschen Rüstung. Und den verbesserten Schild. Einfach so, dass ich noch zusätzliche Sachen freischalten kann. Gut, die hat mir... Es war keine gute Idee von euch, den Keller eines Sklavenhändlers auf den Kopf zu stellen. Wir könnten vorhanden für Ruhm. Aber wir könnten sie auch töten. Und das gefällt mir lieber. Wegen zwei Ruhm. Okay, drei hier. Drei hier. Doch, so passt mir das. So passt mir das sogar sehr gut. Okay. Okay. Okay, erstmal schwächen. Und dann niederschlagen. Sehr gut. Okay, die nächste ist der Bogenschütze da oben. Ich will möglichst wenig Schaden erleiden, also... Fuck. Fuck. Nein, doch kommt hier. hat natürlich nicht gereicht ärgerlich hätte jetzt nicht sein müssen zwei meter reichweite jetzt macht das schwert schaden es macht das schwert richtig schaden sagt anführer besiegt macht mir der anführer auf jeden fall auch kein schaden mehr zack ja das mit dem gift ist ein bisschen tricky aber für ihn reicht's besiegt nein tot perfekt okay alles mitnehmen ich habe nein 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 dich wie kann ich das hier geben sehr gut sehr gut ich repariere erstmal du dich dich kann ich auf stufe 3 aber ich hätte gern stärker mit dir was denn die fähigkeiten von dem sperrkämpfer fügt allen einheiten im bereich 10 schaden zu wirkt bei der ersten getroffenen einheit eine blutung 8 20 prozent seiner maximalen gesundheit das ist gut bei allen verbindenden bereich wut 50 prozent mehr schaden oh ihr seht einen bestimmten bereich an wenn ein gegner im bereich betritt wird ein gelegenheitsangriff ausgeführt und der gegner wird auf der stelle gestoppt wut oder harpoon harpoon ist auch besonders für die ratten eigentlich sehr gut ich denke im großen und ganzen wäre das hier besser zack angriff ich kann jetzt endlich eine mittlere rüstung geben und dir kann ich theoretisch dann auch eine mittlere rüstung geben sobald ich wieder eine hätte okay geschickt eigentlich ist das sehr gut gerade mit den ratten war das sehr sehr gut das ist halt wenn ich tiere fange das ist halt nur schaden das ist jetzt die frage ja gehe ich jetzt auf die sperrfeuer wieder das ist eigentlich sehr gut wer gerade für die ratten das kostet zu viel das kann ich nicht so oft einsetzen und da mache ich die bewegen runter also debuff ich den gegner ja doch das ist besser wir werden für den ganzen drei vom verbrechen gesucht wegen zwei stück ich könnte bezahlen bin ich schon wieder pleite ja, wird doch nicht passieren das hätten wir wenigstens nicht mal gesucht jetzt können wir wieder neue Sachen klauen ja, wegen zwei, okay ich muss da aber echt aufpassen weil da kann sie mich echt schnell erwischen okay, die sind jetzt einfach abgehauen ja sie sagen anscheinend nicht gern danke oh, Wölfe ne, ich will von dir nichts vielleicht von dir ja ne zack, hinterhalt Wolf gegen Wölfe habe ich noch nicht gekämpft aber es sind Erfahrungspunkte da ja definitiv ja zu Wolf beide tot leichteste Kampfhelfer aber sowas von kein Schaden kein Schaden gar nichts und dafür Leder bekommen so sollte das bitte immer sein wir haben hier keine Gefahr rasten rasten richtig macht oh fahr ich diesen Erfolg mit der Gruppe das Gefühl mit der Beziehung das brauche ich auch wenn ich das mit Erfahrung gern hätte aber Pony Pony Ragnar Pony ist sogar jetzt sogar ein Level Up Kriegspony will ich draus machen ja zack jetzt können wir dich im Kampf benutzen und sobald du Stufe 5 bist kann ich den Kriegssattel für dich machen das wird schön das wird wirklich schön okay wir können hier wieder rein und am besten ein bisschen Eisen klauen falls er Eisen für uns hört Sieht nicht danach aus Schade Sieht echt nicht danach aus als ob er sowas für uns hätte Hätte ja sein können Okay, was kann ich dir stellen? Das auf jeden Fall Mach ich auch Mach ich auch Kaufe ich nochmal 10 Stück davon dann kann mein Koch nochmal was Schönes zaubern für uns Okay lieber Koch wir haben wieder 10 Sachen für uns Jawohl Jawohl Okay So bekommt es 6 Erfahrungen Okay, ich mach alles auf einmal Okay mein lieber Koch Hier bist du Ah Noch einiges Noch einiges Bis du soweit bist Gasthaus Ich will nur gucken ob es noch welche gibt die ich nicht habe Sieht nicht danach aus Ich hätte gern mein Geld Ich hätte gern mein Geld Oh und wir haben sogar noch ein paar zum annehmen Amateurjäger Ja Ja hier komm Zack Zack Ich muss sagen so kann man echt schnell und gut Geld verdienen Ist auch im Allgemeinen Ist auch im Allgemeinen So hier ist ne Mine Ich sollte Ja Ich geh Mine Zack Zack Ja Ja Ich brauche was von der Mine Ich brauche einfach noch ein bisschen Eisen Sobald ich Eisen habe kann ich meine Truppe verstärken Das ist zur Zeit der Hauptvorteil Denn von Hof Lund zum Anderen Ja Das Beste was ich Hier jetzt zu bieten habe Okay Eisenerz Lehrling Zack 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 Veteran Nein falsch Ich Hier bist du Uh nochmal ein bisschen stärker erhöht 19 Schaden jetzt Sobald ich die 20 erreicht habe Ab da kann mich denn niemand mehr aufhalten Aber wirklich nicht mehr Hier kann ich was untersuchen Schafstall Ah perfekt das ist hier wo ich hin wollte Ein bisschen essen Und hallo Schafstall Ein bisschen essen Ja Ja Dich hier Verschnörkelter Schlüssel Meine Tochter hat mir alles erzählt Ich weiß was ihr für uns getan habt Und ich werde es nie vergessen Es tut mir furchtbar dass ich euch darum bitten muss nachdem ihr schon so für uns getan habt aber uns fehlt es immer noch an Materialen Hier komm Oh wie unglücklich großzügig von euch so glücklich war ich zum letzten mal von Ausbruch des Kriegs Kein Problem Erlernen Dank euch haben wir jetzt darüber im Kopf das ist mehr als wir uns je auftäten als wir aus Edoron flohen Und trotzdem gibt ihr mir nicht den Schlüssel Was seid ihr denn für Leute ehrlich Ich rette euch und ihr gebt mir nicht mal den Schlüssel den ihr nicht braucht Okay da oben sind die Banditen Was habt ihr für uns Stufe 5 und 5 Banditen Nicht Stufe 5 Stufe 2 Gegen Stufe 5 hätte ich keine Chance Wäre ich so fertig Bei Stufe 5 hätte ich gleich sagen müssen Ne Mach es selber Das was ich wahrscheinlich bei Stufe 5 gesagt hätte Okay Okay Gaune Nummer 1 Du bist dran Nein das toppt Der lohnt sich da nicht Wäre ich gerne was anderes sagen würde aber es hätte sich nicht gelohnt Zack Nummer 1 tot Oh wir bekommen leichtes Ansporn Das macht die Sache natürlich wesentlich angenehmer für mich Okay zack Beendet Das nächste ist der Genovi hier dran Das nächste ist der Genovi hier dran Das nächste ist der Genovi hier dran Ja 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 der macht zu erschaden Hallo Pony Ja der Pony greift aber automatisch an Ich kann ihn nicht kontrollieren Uh das gefällt mir gar nicht Das gefällt mir sogar ganz und gar nicht Das gefällt mir sogar ganz und gar nicht Na 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 Ich pushe ihn bei beiden Sachen hier raus, ne? Wenn ich Glück hab? Leider nicht. Okay, dann bring mir wenigstens den an. Okay, wie weit kannst du laufen, Pferd? Nicht weit. Oh, aber gar nicht weit. Okay. Einen Tick weiter und dann tut der Bogenschutz ihn einfach besiegen. Plündern. Reparieren ist jetzt nicht notwendig.